Ich höre gerade O-Tannenbaum. O-Tannenbaum? Ja, es ist toll. Super, ne? Ja, toll. Wirklich richtig toll. Ja, und es ist Rathos doch jetzt erstmal halbwegs fertig. Ja. Ganz kann man ja noch nicht sagen, dadurch, dass nur einiges fehlt. Ein Licht auch und so. Was machst du denn jetzt da oben? Ja, ich überlege noch was. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Gut, okay. Ich bring schon mal Zeugs ins Lager. Ja, mach das. Und geh nochmal zu den Hühnern. Ja, mach das. Und dann muss ich mal gucken. Hier klappert's. Klapp. Der Huhn hat ein Ei gelegt. Ach, ich kann ja gar nichts einsammeln. Dass ein Ei legt. Sehr ungewöhnlich. Ich soll's auspacken hier, dass ich die ganzen Eier mitnehmen kann. Ja, die sind auch noch klein. So, die sind aber noch unten. Da ist aber nichts. Ach, ja. Ja, so. Jetzt ist gut. Jetzt gefällt mir das. Ich komm gleich gucken. Das hat noch gefehlt. Aber jetzt bist du zufrieden, ja? Jetzt bin ich erstmal so zufrieden, ja. Nach den Möglichkeiten, die man so hat. Ja. Denk ich bin ich so erst einmal zufrieden. Das ist ja immer so eine Sache mit den Möglichkeiten. Ja. Ach, verdammt. Ich hab einfach das Inventar zu voll. Ich muss Wege laufen. Volles Inventar. Ja, das ist total nervig. Das wird schon wieder dunkel, oder? Ja. Ja, dann jetzt komme ich ins Rathaus rüber. Erstmal mit vollem Inventar. Na, hier ist ja auch eine Kiste. Nur wenn ich rüberlaufe ins Rathaus. Ruckelz. Hast du volles Inventar. Ne, ruckelz. Hm. Mehr, ich würde mich mehr. So, erstmal schlafen. Ich bin jetzt auch schon wieder da. Ja, die ist die ganze Zeit da. So. Däh. So, dann... Geh ich mal gucken. Hä? Na, fällt's dir auf? Hä? Hä? Nee. Erstmal sieht man den Wald voll unter Bäumen nicht, ne? Ach, da ist ein Fernseher. Ja, natürlich. Hast du ja hier so Besprechungen und so, weißt du, so mit Präsentationen und so. Ja, cool. Ja, das ist cool, gefällt mir. Gut. Zum Glück hat er da genau dran gepasst an die Wand. So, ich baue jetzt hier mal die Werkbank ab. Und nehme die noch mit. Okay. Du kannst ja schon mal ein bisschen Zeugs aus der Kiste mitbringen. Aus der Kiste hier im Rathaus? Mhm. Das kann ich machen. Dass das da alles wegkommt. So, ich gehe jetzt mal eben den ein mit dem Glowstone suchen. Hm. Was macht man denn mit Glowstone-Staub? Ähm, Glowstone. Ach, tatsächlich? Da muss man erst den Staub für sammeln? Äh, wenn du die abbaust, kriegst du Staub. Ach so. So, und das jetzt hier, den ganzen Kram jetzt ins Lager? Oder wo willst du das hinhaben? Äh, der gibt mir die nicht. Warum nicht? Der gibt mir die einfach nicht. Mag der dich nicht? Hier, und... Äh, der gibt mir die nicht mehr. Ist ja merkwürdig. Ja, finde ich auch. Weil jetzt da auch keinerlei, äh... Warte mal. Wenn wir was gucken, vielleicht sieht das auch einfach anders aus. Hm, nee. Was ist da eigentlich? Müsste noch gehen. Nee. Oder nicht. Hä? Woran liegt denn sowas? Die handeln nicht immer das... Äh, ständig das Gleiche mit dir. Sondern musst du dann andere Sachen mit denen handeln, damit die wieder mit dir handeln. Ah ja. Und, ähm, ja. Das ist total nervig. Weil jetzt habe ich nur drei Glowstone gekriegt. Na toll. Gut, die bringe ich dann gleich noch ins Rathaus. Okay. Bau die noch an. Und ich brauche ja etliche Glowstone, weißt? Ja. Und ich bin eigentlich froh, wenn ich, äh, nicht ins Nähter muss. Weil ich mach mir da doch immer so in die Hose. Im Nähter. Mhm. Es ist gemein dort. Gemein gefährlich. Gemein gefährlich? Ja. So. Die sind schon mal da. Ah, die Kiste ist ja fast leer. Das eine Ding nehme ich jetzt noch mit. Okay. Hallo. Hallo. Hihihi. Au. Wie du mir, so ich dir. Das ist aber unfair. So. Hm. Ja. Ach, erst mal alles hier reinschmeißen. Scheißegal. Hm. Also ich bring mal schon so ein paar Sachen nach unten. Dahin, wo die so hingehören. Nach unten? Ja. Da, wo das so hingehört halt. Naja, es gehört eigentlich alles nach oben sortiert. Hä? Hier unten ist aber Pflasterstein. Ja, der ist, äh, unten zum Brennen. Also das ist, äh, der Pflasterstein für... Äh, zum Stein machen. Zum Stein machen, genau. Okay. Noch Eisenerz. Das kommt auch nach unten. So, und wo hast du dann, äh... Ah, hier ist Eisen. Ne, das ist eine Mischmaschkiste. Ja, ich muss unbedingt mal aufräumen hier. Ach, äh, meinst du? Ja. So ein bisschen. Hier ist Eisen. Nein, kein Stück. Ne, meinst du nicht? Ach, was? So, ich gucke jetzt mal, wie viel Kohle hier ist. Wir hatten doch... Ja, naja, viel kann man nicht sagen. Aber ein bisschen was. Gesammelt. Weil, damit kann ich nämlich schön handeln. Mit Kohle. Ja, und dann würde ich das nochmal eben machen. Mal kurz gucken. Hallo. Du bist doch der coole Mensch. Der handelt mit Sicherheit auch nur noch einmal mit mir oder so. Ja. Ne. Halt, ich hab zu wenig. Oh, ruckel, ruckel. Ne, jetzt will er nicht mehr. Okay. Jetzt müsste ich mit dem was anderes handeln. Glaube ich. Muss das jetzt mal ausprobieren. Wie das so prinzipiell funktioniert. Prinzipiell? Ja. Dass dann auch geht, ob die jetzt, wenn ich jetzt mit dem irgendwie ein anderes Teil handel, wenn ich den finden würde. Dass er dann wieder den Glowstone handelt, oder was meinst du jetzt? Genau. Wo soll ich dir deinen Staub überhaupt hin tun, dein Glowstone-Staub? Den kannst du einfach irgendwo da in die Kiste schmeißen, in die Krimskramskiste. Also unten mit. Genau. Erde, Sand und Kies. Du bist der Glowstone-Typ. Ja, dann gib mir mal ein Erfahrungsfläschchen. Erfahrungsfläschchen? Stein. Er gibt da nicht her. Was ist denn das? Eisenspitzhackler. Und vier Smaragd. Der ist doch nicht ganz dicht. Ja, gib da nicht her. Hm. Merchwürdig, merkwürdig. Scheiße, ja. Ist das. Das ist echt mies. Ja, dann... Ich will das wohl nicht. Oh Mann, hast du Stein, das ist ja unglaublich. Ja, wenn ich was hab, dann ist das Stein. Ich hab hier deine geheimen Vorräte entdeckt. Ja, die sind nur gar nicht so geheim. Ja, das hab ich mir fast gedacht. Ich pack da mal Steine noch dazu. Ja. Komm mal rein da. Schon erledigt. Was haben wir hier? Ach, jetzt hab ich die falsche einsortiert. Ähm... Mann, sind das Truhen. Unglaublich. Ja, ist schon heftig viel, ne? Ja. Sehr, sehr viel. Gut, also ich schmeiß jetzt erstmal also die Krips-Krams-Kiste. Und dann, äh... Wissen du? Ich bin hier gerade im, äh, in der Stein-Etage. Ah, ne, Stein war einst tiefer da. Boah, so viel Zeugs hab ich hier noch gar nicht. Ja, klar. Guck dir mal die ganzen anderen Kisten an. Hallo. Was haben wir hier? Holz und Glas. Mhm. Da ist fast nix. Also Holz. Muss ich demnächst mal aufstocken wieder. So, hier haben wir noch ein bisschen Zaun. Ah, hier ist noch ein bisschen Tropenholz. Hier ist Eichenholz. Also ich bräuchte jetzt mal, äh, Eichenholzbretter. Truhe. Das hört sich ja schrecklich an. Die ist ganz vorne. Hier mach ich noch ein paar Stöcker rein. Die ist ganz vorne? Wo ganz vorne? Hier, die leere. Ach so. Ganz vorne. Solltest du vielleicht nochmal beschriften? Ja, hab ich auch schon gedacht. Eventuell doch nochmal Schilder ranzumachen. Naja, das wär auf jeden Fall angebracht. Moment, ganz vorne wolltest du das haben? Genau. Äh, welche denn? Links, rechts, oben, unten? Äh. Ganz vorne, ach hier, alles klar. Genau. Und, äh, dann Eichenholzstufen? Ähm, hier an der Seite. Wo bist du denn? Ach da. Hier. Da in die kleine rein. Huch. Genau. Das sind aber keine Eichenholzstufen. Die hast du mir weggenommen jetzt. Hier. Vielen Dank. Jetzt hast du aber Steine da mit reingelegt. Der gehört doch nicht hin. Und Birkenholz? Birkenholzbretter? Äh, hier. Hat wo? Hier. Ah, doch da, okay. Hier ist nur Eichenholz. Okay. Ist auch nicht so richtig sortiert hier. Hast du Leder unter tierische Produkte? Ich glaube ja. Okay, dann, ach so, ne, hier oben war ja nichts mehr. Äh, dann geh ich da nochmal runter. Ich hab keine Ahnung, wo ich Leder hab. Du kennst dich selbst nicht aus hier in deinem Lager, wa? Äh, ich mach, äh, ja. Schmeiß das einfach jetzt erstmal irgendwo rein. Wir müssen auch schon wieder schlafen gehen. Schon wieder? Ja. Meine Güte, ich hab eigentlich noch ein bisschen was abzulegen hier. Ja, jetzt mach doch mal die Tür zu, was sollen das? Ich geh schon mal rüber ins Haus. Ja, äh, Moment, äh, ja, Moment, äh. Da steht auch noch eine Truhe draußen. Ach, das ist ja unglaublich. Oh, das ist ja auch noch ein Häusern. Gott, das ist auch noch Zeugs drin. Ist ja unglaublich, was hast du an Krams, ey? Ja, das muss mal alles wegsortiert werden. So, jetzt komm ich aber mal eben rüber. Mal mit dem Schwert rausziehen. Na, jetzt komm ich nicht durch die Tür. Das Schlimme ist, in meinem Haus sind auch noch Drohnen mit Krams drin. Jetzt nehm ich da jetzt mal alles raus. Kann man da mal wechseln? Oh mein Gott. Ja, so ist das. Ding Dong. Hallo. Hallo. Schlafen, schlafen. Hä? Ich schlafe. Jo, ich auch. Gut. Es wird schon langsam dunkel. Aber jetzt ist es wieder hell. Gut, jetzt ruckelt's. Na ja. Es ruckelt doch immer mal wieder. Ja, das stimmt. So. Ich sage, machen wir erstmal Aufnahmepause, oder? Wo bist du schon wieder hin? Ich bin oben, ich komme gerade runter Augenblick. Hallo. Das hat sich so nach Haustieren gehört. Nein, nein. Gut. Ich sage, machen wir erstmal Aufnahmepause, ne? Jawohl, Chef. Und das nächste Mal kannst du deinem Aufräumwahn weiter nahe kommen. Ja, das muss auch. Ich meine, der ganze Seminar ist noch voll mit Zeugs. Ja, meins auch. Ist echt schlimm. Da wird schon passen. Nächstes Mal. Genau. Okay. Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschau.